Sie wollen Ihre Heizungsanlage sanieren? Der Einbau einer Wärmepumpe ist dank verbesserter Leistung heute auch im Altbau wirtschaftlich sinnvoll. In jüngeren Bestandsbauten ist die Nutzung einer Wärmepumpe aufgrund der hohen Gebäudestandards fast immer möglich. Bei älteren Häusern ist maßgeblich, ob zum Beispiel eine Dämmung oder ein Fenstertausch geplant oder bereits durchgeführt ist. Dann kann Ihr altes Heizgerät meist durch eine Wärmepumpe ausgetauscht werden. Bei Reihenhäusern ist das Alter fast unerheblich, denn es gilt, je weniger Außenwände, desto geringer der Wärmebedarf. Für alle diese Häuser gilt, der Austausch des Altgeräts gegen die neue Wärmepumpe dauert nur wenige Tage. Im Zuge einer Kernsanierung kann eine Wärmepumpe immer eingebaut werden. Sie haben eine Fußbodenheizung? Dann können Sie aufgrund der benötigten niedrigen Vorlauftemperatur immer auf eine Wärmepumpe umsteigen, egal wie alt Ihr Haus ist. Das Besondere bei Weiland, dank fortschrittlicher Technologie ist jetzt auch der Betrieb mit existierenden Heizkörpern möglich. Nur wenn die Heizkörper zu klein sind, müssen sie gegebenenfalls gegen größere getauscht werden. Bei besonders hohem Wärmebedarf kann eine Wärmepumpe auch als Ergänzung zu einer Öl- oder Gasheizung eingesetzt werden, für mehr Leistung bei geringeren Kosten. Wärmepumpen sind nachhaltig und besonders zukunftssicher. Sie verwandeln die Umgebungsenergie in wohnliche Wärme. Der Energiebedarf wird dabei bis zu drei Vierteln aus der Umwelt gedeckt. Öl und Gas werden knapper. Selbsterzeugter Strom steht dagegen langfristig und günstig zur Verfügung. Optional können Sie eine Wärmepumpe mit Photovoltaik kombinieren und heizen somit noch nachhaltiger und senken Ihre Heizkosten. Und natürlich können Weiland-Systeme auch per App gesteuert werden. Unabhängig davon, wo Sie sich gerade aufhalten. Die perfekte Wahl bei der Sanierung. Wärmepumpen von Weiland. Weiland. Komfort für mein Zuhause.